Ich glaube, das hier ist falsch. Ich hätte hier runtergekommen müssen direkt. Ich glaube, wir werden es erleben. Halt, stopp. Das muss noch weggemacht werden wieder. Verdammt nochmal. Was eine Aktion hier. So, dann kommst du dran. Du kommst weg, weg, so und jetzt müssen wir hier drauf bauen. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann reißen wir den mal, ne den brauchen wir noch. Na, die müssen wir wegmachen. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist dann da, dann kommt der hier drunter. Ja. Kommt das wieder weg. Ist halt leicht verwirrend gemacht Leute. Ist halt leider so. Gut, die müssen dann oben bleiben. Oder? Ja, was halt verwirrt ist hier die Vorschau. Die verwirrt einen ungemein. Brauche ich die denn an der Stelle? Ne, dann hätten wir flach. Ach Leute ey, ohne Witz. Hier habe ich das auf der anderen Seite dann gemacht. Da passt es. Warum passt es denn hier nicht? Wie haben wir denn hier 1, 2, 3, 4, ok, wie haben wir hier 1, 2, 3, ne das ist wieder falsch. Jo, das stimmt schon mal, dann muss ich jetzt da einen dran machen. Boah Leute, das ist echt verwirrend gemacht hier. Warte mal. Moment mal. So. Dach brauchen wir. Hier. Den machen wir mal weg kurz. So. Das ist dann, ist das auch Dach oder nicht? Aha. Da kommt also hier Dach hin. Da kommt da wieder Dach hin. Na komm. Komm. Danke. Und dann kommst. Ach so ist falsch. Alter. Irgendwas ist hier merkwürdig. Ich habe nur keine Ahnung was es ist. Ich baue jetzt mal eine Treppe hier oben. Mir reicht es jetzt schnutzvoll. So. So. Hauptsache wir kommen mal hoch. Ohne Probleme nicht, dass wir immer hochklettern müssen da. Okay. Das siehst du dann von da angefangen. Dann brauchen wir wieder mal den hier. So. 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 Okay. Treppe, Treppe, Treppe. Ich weiß es sieht zwar nicht schön aus jetzt aber es geht mir jetzt nur um die Effizienz, dass ich hier schnell rauf und runter komme. So. Mach mal kurz weg hier. So. Ebenfalls. Gut. Jetzt machen wir mal wieder mal ein Dach hin. Deschleim. Wo bist du? Da. So. Das müssen wir machen. Aber das hier unten. Die Lücke da entsteht verstehe ich nicht so ganz. Ich kann zwar jetzt hier dran machen, das bringt mir aber nichts. Wir müssen wohl nochmal runter. Hallo? Du wirst mich doch jetzt trollen oder? Damit halt so. Ganz einfach. Okay. Gut. Ähm. Der ist da unten noch. Das hieße also. Tja. Hier muss auf jeden Fall ein Dach hin. Das auf jeden Fall. Nicht da. Okay. Noch eine höher müssen wir. Ich glaube wir haben es jetzt endlich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube ja. Okay. Mal gucken. Ob wir das wirklich jetzt hinbekommen haben. Endlich. Das ist ja echt ein Krampf das Ding hier zu bauen. So. Ich hoffe das funktioniert jetzt. Ich sehe nix. Okay. Jetzt dann da dran. Ups. Ups. Den brauchen wir natürlich. Ähm. Da dran. So. Und jetzt kommst du. Ich hoffe das funktioniert jetzt endlich. Mein ne ey. Was ist das echt? tricksarbeit das dach zu bauen ohne witz jetzt haben wir es endlich raus konnten gott sei dank ich muss wirklich noch einen höher ziehen sozusagen so wie ich jetzt richtig gucke ich hoffe das stimmt wirklich wir müssen noch mehr bestellen also wie brauchen wir denn für das blöde dach das ist ja unglaublich 40 stück die werden ja wohl reichen jetzt müssen wir ein bisschen holz wieder besorgen aparieren müssen wir auch ich sehe was habe ich mir dann getan für ein komisches spiel den fluss will ich nicht und vor der bäume dann fluss fällt es wäre echt ärgerlich tun wir dich hier oh man 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 ja schon über eine stunde um aufnehmen hier dann machen wir erstmal lecker lecker holz für uns zack und zack und zack sehr gut ich freue mich schon wenn wir die schubkarre benutzen können aber das ist einfach zu hügelig hier alles leider dann passen wir weiter junger mann nebel ich hoffe da klappt soweit ok noch ein bisserl holz haben wir und dann sollten wir echt genug haben für das dach und dann wird in der nächsten folge denke ich mal der kamin gebaut und wir müssen auch die wohnung größer vergrößern ist auch verdammt wichtig ich schaue noch ein bisschen mich um ob man noch ein bisschen nahrung finden oder so aber scheint wohl nicht der fall zu sein eigentlich naja kann man nichts ändern dran wo haben wir alles scheint so ja haben wir den bomb rausgeschlachtet sehr schön dann mal rein damit so wie viel haben wir hier oh den hammer können wir wieder reparieren ich gerade sehe speicher 15 stück ja damit und dann können wir hier auch mal reparieren direkt noch mal zack und den natürlich auch ja komm sooo sooo sieht doch auch ein bisschen besser dann wieder hoch mit uns also dachdecken ist echt so ne sache bei dem spiel hier finde ich zumindest finde ich zumindest sooo sooo machen wir das erstmal weg machen wir hier erstmal ja wir müssen es um eins erweitern also ich kann machen was ich will ich kriege es nicht gebacken sonst aber weil warum nicht vergrößern wir es halt ein bisschen kann man nicht irgendwie pücken ja komm ich da durch na natürlich nicht warum auch wir machen es halt so zack zack na das war zu viel glaube ich oder mal gucken Moment mal so 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 ok ich kann mal den hier kurz dich brauchen wir auch nicht hier oben drauf oder ach ne das ist ja die maximale hier das aha müsste noch einen rüber ach komm das ist mir egal ich mach das haus halt ein größer dann fertig ist die sache ich schnotze voll hier komm ich dran komm ich jetzt dran ja wunderbar wo ist das so 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 bis dahin und nicht weiter liebes dach weiter kommst du nicht dann sollte es sogar passen eventuell wir gucken gleich mal hoppala lass mich hier blöd das war blöd das war echt dumm oh Gott wir sind raus wir sind raus gekommen Gott sei Dank so so und das einmachen machen den jetzt mal weg in der hoffnung dass es dann wirklich passt so das ist ja die spitze dann kommt das hier oben drauf so wenn ich das mache haben wir die spitze ja wieder weg das wollen wir ja nicht hmm ja gut wir versuchen es mal von unten jetzt so das 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 passt so weit komm wir nicht da rein doch komm oberen bitte dann den unteren so aber wieso habe ich hier wieder die Lücke ich vom anderen nicht muss ich jetzt echt nicht verstehen mach mal was höher das hier auch immer mal so Dach bitte aha 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 es wird es wird komm wieder hin verdammt wir haben zu wenig dabei dann geh mal hier hoch so den reißen wir auch mal mit jetzt gucken wir mal ob das jetzt endlich passt hier wird wieder so komisch ich raffe das System noch nicht ich raste wirklich noch nicht Leute es funktionieren soll wieso klappt die spitze da vorne nicht ich raste nicht warum das nicht will bei mir muss man da vorne was drauf tun scheinbar dass man sich auch die Klötze nicht mal sich anzeigen lassen kann das wäre echt nicht schlecht wenn das gehen würde hopp und hopp na hmmm jetzt aber hopp und hopp hopp bau 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 geht doch jetzt wollte ich mich hier ein hin machen ist es wieder zu hoch deswegen raffe ich das System noch so ganz hm machen wir es mal hier fertig damit so ok gut 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 auch die Darstellung ist so komisch irgendwie dass er nicht mal die das mach ich mal weg das ist gestrippt das geht mir auch auf die Nerven weg damit ich was sehe hier danke ne mein Problem ist halt auch die Vorschau so seltsam dass er nicht einmal einen da richtig zeigt was es ist im Endeffekt müssen wir vielleicht einen tiefer könnte das vielleicht sein dass wir es hier aufbauen müssen hoppla da drin bitte so also diese komischen Klötzchen hier die habe ich beim anderen auch nicht hier vor doch habe ich dann sieht das ja recht gut aus gucken wir mal von vorne könnte tatsächlich was geben mal der Nachschub zack okay dann mogeln wir uns mal hier rein nein da nicht dahinter bitte genau da will ich dich haben ok ja muss das Haus wirklich breiter gemacht werden ich bekomme es halt nicht anders hin ich bekomme es halt nicht anders hin ich bekomme es halt nicht anders hin jetzt weg dich auch gucken wir mal ob wir das jetzt endlich hinbekommen hier ja wunderbar das sieht doch schon mal gut aus so oh komm wir da dran komm wir da dran bitte ach wir haben keines mehr dann so warum da jetzt eine lücke ist ich raff's nicht jetzt sehe ich natürlich nichts Das brauchen wir noch. Aber den hier können wir weg machen. Dann holen wir uns gerade noch mal nach. Dann sollten wir das endlich fertig haben. Ich bin seit über eine Stunde da dran. Also insgesamt die Aufnahme. Ach verdammt. Wir müssen ein bisschen mehr Schwung haben. So und darauf. Gut. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein, das zu fixen. Ich sag's mal lieber nicht so laut. Damals doppelt. Ist zwar ein bisschen blöd, aber anders geht's schon mal echt nicht. Okay. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es wirklich geschafft. Ich werd bekloppt. Dankeschön, liebe Spiel. Endlich. Oh. Ich seh grad wir müssen noch einen runter. Zum Glück haben wir ja genug vorbereitet. Von dem Material hier. Das kann man nicht mehr mitnehmen. Das ist ja blöd. Gut. Na ja. Kann man nicht ändern. Ist leider so. Gut. Dann mal rein damit. So. Und dann müssen wir hier nochmal einen dran machen. Dann sollte es passen. Gucken wir mal. Ja wunderbar. Endlich. Dann müssen wir das noch alles rüber vergrößern. Wir müssen das eh vergrößern. So oder so. Dann passt das. So. Und dann müssen wir jetzt die Wand im Prinzip ein zweiter ziehen. Ja. Dann machen wir das mal. Zum Glück haben wir genug Kalorien, das in einem abklatscht zu machen hier. Clear, clear, clear. Oh. Wir haben keinen Platz mehr. Gut. Dann heißt es also jetzt hier erstmal den hier. Halt. Stopp. Ziehen wir das wirklich? Ja. Einen rüber. So. Okay. Da nochmal. Und dann kommt die Wand dran. Dann hätten wir auch ein bisschen mehr Platz in der Wohnung. Ist ja auch nicht verkehrt. Neues Material besorgen. Wurde wir den Hintstab lassen können. Ach. Wir müssen auch noch ausgraben da noch. Ach. Nö. Aber zum Glück haben wir ja die Schubkarre, gell. Wenn wir natürlich wieder hochkommen, dann muss ich jetzt mal gleich gucken. Man kann überlegen, ob man das Dach nicht eins weiter zieht. Aber ich denke, was machen wir. Dann sieht das mich ein bisschen schöner aus. Ich mag nämlich so. Ach. Ein einziger. Doof. Gut. Dann machen wir das noch. Wände auswählen. Da sind sie. Dann können wir nämlich hier dran machen direkt. So. Ups. Da findet noch einer. Den machen wir auch noch dran. So. Dann heißt es Wände ziehen. Ups. Das ist der falsche. Ich gerade gemerkt habe. Moment. Gut. Den wollte ich haben. So. Ach. Mann. Nicht den. Den anderen. Wo ist er? Der hier. Genau. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Dann können wir das dann rüber ziehen. Zack. 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 So läuft das doch. Wunderschön. Wie viel haben wir denn noch? Wir müssen den Boden noch machen. Könnte knapp werden. Eventuell. Gucken wir mal. Übrigens. Falls ihr das noch gerade bemerkt haben solltet. Ich habe da noch einen Bogen. Schon mal vorbereitet. Und ein paar Pfeile. Bei mir ging das echt auf die Nerven. Die ganze Zeit da nach Pflanzenmaterialien zu suchen. Was zum Essen. Und dann machen wir das auch lieber so. Das sind wir mal ein bisschen fixer unterwegs. So. Na komm. Und da dran. Okay. Dann hätten wir das so weit schon mal. Jetzt müssen wir noch den Boden machen. Wie sind das denn? Sind das 2 blank? Ja, das sind zwei. Welche Fälle haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, das wären 18, da haben wir doch noch genügend, jetzt müssen wir noch die, wo ist der Wagen von mir, na super, gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, ob wir den Wagen da reinbekommen irgendwie, oder zumindest in die Nähe, so, und damit, gut, 15, 30, 45, ja das reicht, können wir den Wagen jetzt mal ein bisschen mehr in die Nähe, ich habe ja die Hoffnung, dass wir das ein bisschen beschleunigen können, wenigstens, rein damit, Ach ja, na, jetzt muss man ein bisschen schippen noch, und dann haben wir das, das kann man nicht auch abbauen, hier mal die Gerätschaften, die stören mich eigentlich mehr, gerade, Ich habe gerade den Hammer, Dich ebenfalls, Hier, du hast Objekte drin, ach, die Bretter, ups, Jetzt aber, gut, Jetzt müssen wir mal gucken, Ob das alles so funktioniert, wie ich erhoffe, Es sieht aus, hier brauchen wir sogar noch weniger, wie ich gerade sehe, Hier unten drunter müssen wir eigentlich nicht graben, Eigentlich, Aber das machen wir trotzdem, Geordnungshalber, Lalalala, Müssen wir noch die Tür versetzen, weil das geht gar nicht, was wir hier gerade für haben, Wollen wir das wirklich? Ja, müssen wir, Sollten wir mal eigentlich machen, Ja, Na, Komm damit, Meine, ne, habe ich euch gleich viel zu schneiden, Weil ich glaube, Wie? Weil ich glaube, ihr habt bestimmt keine Lust, dass ich, Zu, äh, zuzusehen, So ungefähr 30, 40 Minuten lang, Wie ich, Das Dach baue, Beziehungsweise die Kalorien noch, Obwohl, wir haben noch ein paar Tomaten, Also von daher, Sollte es kein Problem sein, Boah, ist das geil, Die Schubkarreuzer haben, Macht richtig Laune, Einfach rein, Fertig, Und der Rest, Wenn das Ding voll sein sollte, Können wir mich da vorne hin, Verteilen, So viel, So viel, Dann sind wir hier fertig, Anni hat dafür noch zwei, So, Und dann machen wir noch die, Den Boden rein, Wieder, Okay, Wir sind voll, Dann können wir den Rest nach vorne verteilen, Ich hätte es eh direkt reinschmeißen können, Meistens, Na ja, Komm, Ist egal, Jetzt brauchen wir bretter, 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 15 Stück, Hände mit, Wir wollen den Boden bitte haben, Genau, Den, Klack, Klack, Ah ne, Ist ein anderer, Das ist nicht der Boden, Glück gehabt, Mhm, Mhm, So, Dass ich nicht weitergebaut habe, Wo bist du denn, Also, Dich wollte ich haben, Oh, Ich bin so happy, Dass das Dach jetzt endlich steht, So, So, Hände mit, Obwohl, Warum gehen wir eigentlich immer raus, Ich kann es auch hier direkt holen, Lalalala, Lalalala, So, Und so, Und dann, Machen wir das auch nochmal gerade, Korrektus, So, Oh, mich kann ich jetzt nur abbauen, Ja, Hab noch genug, Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, Sechs, Halt mal da, Dann wäre das die goldene Mitte im Prinzip, Nee, Jetzt wäre es mittig, Aber wir haben keine Doppeltür, Hm, Das ist blöd, Naja, Dann bleibt es jetzt mal so, Ähm, Das kann man auch abreißen da oben, Den ganzen Kram, Das kann auch weg, Uah, Das hier fixen wir mal gerade wieder mal, Das Löschlein, Zack, Und hier müssen wir noch, Zumachen, Halt, Das ist ein anderes Holz, Hm, Hauen wir die, Ja, Komm, Wenn zwar auch Wände nehmen können, Aber komm, Dies passt, Das kann weg, 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 So, Weg damit, Okay, 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 Und noch das hier, Und kein Platz mehr, So wie es aussieht, Yep, Klickt wirklich daran, Ich möchte gerne hier runter, Danke, Sehe ich mich nix, Die Leiter weg, So, Zu machen, Und ich habe natürlich das falsche Holzgrönt, Ist ja klar, So, Ich würde mal sagen, Das Dach steht dann soweit, Wunderbar, Gott sei Dank, Bin ich echt froh drum, Aber wir müssen auch hier noch ein bisschen Verfeinerung machen, Sonstiges, Das steht fest, Auf jeden Fall, Okay, Leute, Ansonsten, Wenn es euch soweit gefallen hat, Lasst mir einen Kommentar auch da, Oder ein Abo, Oder ein Like, Ich würde mich super darüber freuen, Man sieht sich, Man hört sich, Man schreibt sich, Bis zur nächsten Folge, Euer Trixi, Ciao, Ciao,